die linke genommen ich gebrauchen können die beiden waren das andere zwei munitionen ich habe 1080 smg munition also ich muss mal aufhören dieses slack ist jetzt die 25 es gibt bei der zentus wie lange nehmen wir schon noch stündchen aber so umdreht schlecht noch welche waffen in tresor rein ich brauche irgendwer eine 61 x 11 shotgun 61 x 11 ich habe glaube ich 65 x 15 also tschüss ich hatte gerade ausgesehen noch eine andere waffe ausgebildet dachte ich habe okay die dafür mit 77 schaden die bleibt hier aber gut dass ich gar nicht viele dinge davon dabei hat bei shotgun war schon mal gar nicht das ist auch kacke verbraucht vier m alter verbraucht vier kugeln ist natürlich auch heftig was eine waffe verbraucht vier kugeln kommen die kann weg die panzerfaust ja ich muss meine mal auswechseln eben noch eine ich habe keinen tresor platz na ach du scheiße hey was mache ich die ganze zeit bin ich behindert ich habe mir keine frage na achne was du für scheiß veranstaltest ok ich habe einen vorplatz jawoll slack slack ist eh das geilste hat die denn? ist echt so muss man das ding da weg machen ja 405 machen jetzt gleich dust oder? würd ich sagen? ja dust rapen gehen was? wer schießt denn da hinten? ich nicht wie er frisst die hat 405 muni was? ne mg oder was? nein ich kannste ne mg sag mal was das immer ist bei mir hältst du gerade ne pistole in der hand ja klassen martin ja habt ihr jetzt schon eingelöst waffe oder schild? äh waffe ah ok haben wir die jetzt alle oder? äh ja haben alle die gleichen ist aber so ne rotzwaffe dann macht man das genau dann kriegen wir nämlich ein artefakt oh ne ja ja dann machen wir erst alleys dann machen wir erst dust fertig dann machen wir tundra express und dann haben wir eigentlich wieder würd ich sagen warte ready for teddy ready for kartoffel ready for kartoffel ready for kartoffel centos nö wie nö was machst du denn? ja verkaufen boah ey ich hab grad noch guckt du affe also sag mal ganz ruhig oh yeah sag wenn du hast da hast du die mal äh meine slackwaffe ist ja mal irgendwie voll für den arsch warum weißt du wie die schießt die schießt einfach und die schießt ja guck mal hier deine schießt auch so komisch ne ja ja guck mal mit zielen du musst zielen bei den slackdingern ne aber dafür guck mal da hinten wirft der guck mal wenn die nachlädt alter klatsch weg ach ja was die jetzt machen ey pass auf ey what warte mal pass mal auf mit der sniper warte die ich vorher hatte hier warte wusste wozu jetzt die sniper pass auf die die macht 2 schüsse hintereinander wir haben sie ja nicht ich mag die nicht die mir mal zinteinander schießen voll für den arsch nein die zieht genau gerade die macht die verbraucht 2 schüsse aber meine verfreiheit hat auch 2 kugeln mhm die macht beide kugeln hintereinander wallah wallah be laschen ähhh dieser tischschüssball dreht sich ja Ja, aber nicht. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns trennen. Weil das ist eigentlich einfach, da brauchen wir eigentlich nur einen Wagen für. Na, dann gib halt eine Auto. Entweder einen Wagen, oder wir holen jetzt die Dinger. Ja, Centus gehst du bei Flash mit rein, oder wie? Ja. Oder wollen wir das zu Meerd machen? Ja, wir machen das, komm wir machen das zu Meerd. Boots. Äh, da. Hast du auch? Ja, ja. Fuck. Ah, du kannst wieder nicht, Karif. Ja, ich so. Kriegst du es hin alleine? Ja, ne, ich bin nicht dumm, also denk ich mal. Nein. Hast du hier ein komisches Ding genommen? Kannst, ah. Kann man eigentlich drüber verhoben? Ja. Tut mir leid. Nichts. Ich wollte drüber fahren. Ich treff mit diesen, äh, Kettenkreissägen-Dingen gar nichts, Alter. Ne. Hm, hm. Aber wo ist er da hinten? Ja. Oh, du guck da, Alter. Nerv nicht. Pricks Ding. War doch mal so scheiße, echt. Nicht du. Ja. Boah. Äh, Node-Copter droppen keine Ornament. Nein, nee, Copter nicht. Nerv nicht. Nur die scheiß Karren. Oh. Da war noch mal so komisch grad. Mit dem Copter runterholen und du? Scheiß auf den Copter! Gack auf den Copter holen. Der nervt einfach nur. Ja, scheiß... Der Cop... Centos, mach... Ess die Karre! Die ist grad gefährlicher in dem Moment. Der Copter ist weg. Hallo? Der Copter ist weg. Hallo? Hat der Auto. Siehst schon gar nichts mehr, so viel beim das hier grad. Wie? Why? So, ich hab noch eins. Ah, guck mal, da kommt noch einer. Was du da? Wie ein Adler, wie ein Walross, der fliegt hier, Alter. Na, ist noch ne einen. Ja, ich hab hier grad einen noch. Ja, schon gesehen. Was hat hier hinter mir oder was? Ja. Ja. Sehr geil. Wie ist das Ding? Oh, Spieleranden. Äh... Spieleranden? Ja, für Spieleranden, wallah. Boah, dann häftig. Probier mal was aus. Was denn? Du bist eigentlich... Ich will hoffen, dass es vorbei kommt. Ne, kommt gar nicht vorbei. Noch nicht. Ich? Nein. Nein, es kommt eigentlich, äh... Waffentransport. Na, die Karawane. Die hab ich letztens überfallen, aber da war nichts geiles drauf. Mhm. Ja, musst du öfters machen, die Karawane. Wartet ihr da auf die Karawane, oder? Nö. Machst du die Ornamente? Nö. Ja, ja, mach ich gerade auf. Gut, dann warten wir hinten. So, Ellie, wo willst du denn eins haben? Was hat fest? Kommt, das wir machen schon mal weiter. Wir machen hier ein bisschen Remi Demi. Remi Demi? Ihr Favorit. Ja. Geile deutsche Synchro. Ja. 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 Und? Ja. Ja. Die kauf ist langsamer. Die Kauf ist langsamer. Also, die Kauf ist langsamer. Guck, wie geht das, hier? Da geht's nicht. Ja, das ist langsamer. Ist langsamer. energie ich habe gerade gesagt diesen spielautomat weiß der ist noch billiger noch ich weiß das gesagt hat okay das ist gut wir fahren jetzt wieder ja genau macht die karre noch kaputt ich weiß ich weiß Ja, das kenn ich auch. Ja, Karawane. Wollt grad sagen. Irgendwo, glaub ich. Wo ist er? Bah, ne. So, weg. Wo ist der Hippie-Bus? Wo ist er? Äh, Hippie-Bus? Wo bist du? Hier, hier hinten bei mir, hier. Hier in diesem kleinen Dorf. Aua. Hä? Hier, da hinten in die Richtung jetzt. Hier. Ja, da kommt der nämlich auch immer her. Ja, hier ist der jetzt auch. Da. Nope. How about no? Hier wird doch nicht ausgeraubt, nein. Bisschen rumgeflogen ist der ja immer. Ja, geht. Ich vor allem, dass der auch hinten so'n ekelhaftes Trittbrett drauf hat, ne. Bye. Wie darfst du Trittbrett so wieder drauf zu... Ah, geile Warte. Alles nur Scheiße drin. Ja, du musst dann öfters machen. Alter, Walla, was ist mit dir los? Mit wem? Dem. Dem da hinten? Ja. Weg damit. Geh mal raus da. Ey, wir können doch alle mit einem fahren, oder nicht? Ich hab mich mal um eins gekümmert. Ja. Ja. Äh, Centus. Ich bin runter gesprungen. Oh, Centus. Und ich will auch hinten drauf sitzen. Ich glaub das, doch das geht. Hey, Merge. Na geht das? Ja, dreh mal in dem Moment, wo ich grad am schießen bin. Bist du? Hey, und für Flash. Ohne Witz. Ohne Witz, wenn ihr von den Barrels runter geht, ne? Alter, wie fährst du bitte? Keine Ahnung, wer fährt. Voll komisch. Hä? Nö. Du wirst dich alle drei Sekunden im Kreis. Ja. Anstatt mal weiter zu fahren. Du, Affen, hier leerst. Wer? Du. Warum? Weil mich nicht so wirklich drin kann, ist er durch. Na? Und? Hier. Influg ausgestiegen. Pff. So. Ähm. Ja. Dann mit Skau-Jungs, ne? Es ist halt ne Runde. Ey, du was findest, sammels einen. Die können ja Gegner mitbringen. Weg. Weg. Weg muss der Gegner mit. Ey, wir sind bestimmt richtig gut. Bist du, du? Ach da. Nein, nicht hier runter. Halbstuh. Vor allem ein Schuss und die Viecher sind weg. Wenn ich treffen würde. Ja, du. Düng halt mit mir, mit mir deinen Garten. Fettsack. Ja, ich soll mir natürlich alles sein da hinten. Hä? Voll am Looten. Alter Schwede. Ja, voll am Looten. Was ist alles? Drill's nicht durch! Drill's nicht durch! Niridium. Weißt du? Ja. Weißt du, Hauptsache Mut, ne? Ja, und? Goliath. Ne, du Selbstmordzwerg verpiss dich. Selbstmordzwerg? Ja, ich war gerade ein Selbstmordzwerg. Mach halt mal ein paar Copterpiloten kaputt. Ja. Voll optionale Quest und so. Lass doch noch nicht anzünden. Oh, hier steht die Waffenkiste. Du bist da hinten, ne? Ja, hier. Kleiner Zweck, du näherst auch. Ich bin unterwegs. Äh, ne Pistole, die nicht... Oh, ne Nina, ne Pistole. Ja, tschüss. Ja, ohne Sniper. Okay, was? Alles scheiße, oder was? Ja, Goliath! Oh, fuck, 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 fuck. Bis durch. Ja. Tschüss. Schön. Kannst du noch? Oh, da läuft. Okay. Ah, guck mal da oben, Copter. Hallo. Brno, Brno, Maul. Maul. Okay. haben wir auch alle die herfen nicht da oben hat jemand eine feuerwaffe noch kann man die copter nicht ne doch klar kann man die slagg kann man klar aber doch der ist gerade geslagt